Ah, allöchen Leute und willkommen zurück zu unserem Fallout New Vegas Let's Play. Hierfür haben wir keinen Schuss mehr. Und die bessere von beiden. So, jetzt warten wir auf den Krüppel. So, wann kommt denn der Krüppel? Wir gehen mal wieder hier oben, ne, wo wir schon so viel Glück hatten. Hüpf, hüpf. Genau, hüpf, Kind. Oh. Ah, ja, unsere schöne Position. Jetzt warten wir hier nur noch auf unseren, na, Kollegen. Unser bester Freund. Abgesehen von Victor natürlich. Unser kleinen Creepy-Rogo. Einie. Ich zähle nur nach unten, weil ich hier auf dem Ziel warte. Ich will den sehen, könnt ihr nach oben. Naja, was findet ihr von meinem, von unserem neuen YouTube-Design? Ich werde noch dran feilen, das ist nicht definitiv. Es wird noch besser rauskommen. 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 Ja, mit Rusco, mit Junge ist es für den Rusco. Naja, es wird noch besseres Zeug gekommen. Und ja, ich werde immer so ein bisschen dran feilen. Und eines Tages, ich habe ja noch sehr richtig gut ist. wer also viel ist sicher es ist schon 10 hoch 2 besser als 10 parat mal besser als davor war also kommt er jetzt oder ich du Wo kommst du, oder? Muss ich mir vielleicht die Knochen angucken? So, Knochen angeguckt. Glücklich. So, jetzt dürfte er doch kommen. Hallo. Optz. Nein, nicht laden. Und drücken. Optionen. Äh, Anzeige. Hallo, Figur ausblenden soll so sein. Gegner. Gegenstand ausblenden. Objekte ausblenden. Hier, ich will gar zwei zählen können. So. Hallo. Hallo. Hier, noch angucken. Hedge hat wirklich... Kommst du, oder? Bist du, oder? Hier hoch, morfen. Hallo. Kommst du? Ich hab mich ausgeplündert. Da ist er. Na, reicht's schon. Na, reicht's schon. Na, reicht's schon. Dieser kleiner Spang. Jetzt... Jetzt bin ich sauer. Jetzt... Ab nur 17 Schuss. 10 Millimeter Pistole hier. Jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt bin ich sauer. Wieso hab ich die nicht früher rausgenommen, ey? Ich will jetzt wieder, als ich in den Kühlschrank gucke. So, glücklich. 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 Soll ich mich hier hinten... Gucken. So. Hatched. Glücklich. Glücklich. Ach, komm schon. Und... Will ich noch in dieser Aufnahme umbringen. Scheint eine gute Pistole zu sein. Da ist er. Hallo. Was dat für'n Cheat. Wieso kann er so präzise schießen? Das ist doch unmöglich, Kinder. Du kriegst trotzdem wieder aufs Maul. Ob du willst oder nicht. Hier wieder auf und zu. Glücklich. So. An der Mietin geworfen. Glücklich. So. Sehr glücklich. Gut. Dieses Mal gibt's dir direkt aufs Maul. Dieses Mal gibt's dir kein... Bubble. Los. Magnum Revolver. Jetzt gibt's aufs Maul. Sorry wegen der Lüge, aber danke, dass sie die Geckos erledigt haben. Hey! Hat Spaß? Was? Hallo? Mami! Hier, Kinder! Isn't it dein Ernst? Ja, jetzt gibt's... Das kann ich auch reden. Also will er scheinbar, dass wir dat da anfassen. So, dann ist er glücklich. Da fliegt er auch. Kopf rum. Bisschen auf und zu machen. So, jetzt gibt's... Ach, jetzt habe ich genug. Jetzt... Mh, das... Laserpeasen, oder? Was für ein Arschloch? Ich werde den umbringen. Wenn ich ihm gegenüberlaufen. Hey! Hallo! Gut, irgendwann, heute... Wieso zieht er so viel? Moment. Isn't it dein Ernst? So ein Stuhl hier, der wutscht die ganze Zeit nach hinten. Und ich weiß nicht, wie es so gut ist. Jedes Mal komischerweise, wenn der Kampf empfängt. What the... Fuck. Da bist du. Sorry, wegen der Lüge, aber... Jetzt habe ich dich. Auf, wegzulaufen. Willst du es so spielen? So kann ich auch spielen. Da, haste. Haben es doch noch geschafft. Und den Krüppel hier zu. Krüppel die Sion, ey. Geht doch. Ja, kuller mal zu uns. Spack. Hier. Ja, alle nehmen. Wir rocken nämlich auch. Sturmjägerhut. Ja, gut. Umziehen da im Ötland-Outfit. Wie für Protection gibt das uns denn? So, wie sehen wir jetzt aus? Komisch. Aber naja. So. Dann haben wir den jetzt auch gekrippelt. Geht doch. 10mm Pistula aus. Geht doch. End.